Jetzt das DKB-Tor des Monats wählen und gewinnen. DKB, die Hausbank im Internet. Die Entscheidung ist gefallen. Allen prominenten Anwärtern zum Trotz setzte sich Paul Gebur bei der Wahl zum DKB-Tor des Monats April durch. Sein Salto-Paul Thale mit anschließendem No-Look-Treffer bekam die meisten Stimmen im Voting und ist DKB-Tor des Monats April. Eröffne jetzt dein Konto unter dkb.de.hbl und erhalte eine Hummeljacke als Direktprämie.